Moin und willkommen zu einem Letztest von Arms Race 2, einer Beta-Version, zu der wir einen Key bekommen haben. Und zwar ist das ein Strategiespiel im Kalten Krieg und das schauen wir uns heute an zusammen mit Malte. Ja, es ist tatsächlich mal wieder eine lang ersehnte Kooperation von mir und Mo. Wir konnten es mal wieder einrichten und das Ganze tatsächlich in einem Rahmen von einem kleinen Test, in dem wir uns dieses Game mal genüsslich gemeinsam einmal ansehen werden, zu Gemüte führen. Und wir werden das ganze Ding, denke ich mal, Mo, ich glaube, das können wir wohl freilich machen, euch einmal irgendwie verlinken gehen, wenn es irgendwie noch klappt. Ja, um das Ganze euch dann dementsprechend natürlich auch, falls ihr darauf Bock habt, euch dieses Game zu holen, gerne mal dementsprechend auch ziehen könnt. Ja, ansonsten bedanken wir uns natürlich bei den Entwicklern bzw. Publishern, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben an dieser Stelle. Merci. Und ja, Mo, erzähl mal so ein bisschen, worum geht es denn hier überhaupt? Genau, also es ist wie gesagt ein Strategiespiel im Kalten Krieg. Man wählt sich eine Seite aus, man spielt entweder die USA oder die UDSSR und da geht es dann darum, auf der Welt an Einfluss zu gelangen und dann am Ende im Jahr 2000 am meisten Einfluss zu haben, mehr als der Gegner. Das ist so das Grundprinzip. Ja, also im Prinzip ist es auch wohl militärisch möglich, seinen Gegner Platz zu machen, aber ihr wisst ja, so ganz klassisch endet sowas immer erstmal so in der Pulverisierung der Erde, habe ich gehört. Ist bei zwei nuklearen Supermächten immer nicht so empfehlenswert. Ja, und wir sitzen gerade nun quasi im ersten Fenster drinne im amerikanischen Bereich und Mo, erklär mal, was finden wir denn hier überhaupt vor? Genau, wir müssen jetzt am Anfang erstmal eine Regierung bilden. Das macht man in diesem Spiel alle zehn Jahre. Das macht man übrigens sowohl bei den USA als auch bei der UDSSR. Und da haben wir am Anfang, bevor wir das Spiel gestartet haben, haben wir einen Präsidenten ausgewählt, einen von vier. In dem Fall haben wir Truman gewählt. Und jetzt müssen wir seinem Kabinett noch drei Minister geben. Und zwar ist es einmal ein Außenminister, einmal ein Verteidigungsminister und einmal ein Wirtschaftsminister. Und über alles haben wir drei Kandidaten. Genau, und der Präsident selbst bringt einen Effekt mit sich. Der steht dann gleich hier in diesem oberen Feld. Und jeder Minister hat auch nochmal seine eigenen Eigenschaften, wo er uns noch Boni einbringt. Genau, die seht ihr dementsprechend da drunter. Also wenn wir uns mal diesen Barclay zum Beispiel mal eben kurz ansehen, der würde uns 0,1 monatlichen Support im Wachstum der Allianzen bringen. Also wie kann man das am besten übersetzen? Da wächst jeden Monat die Unterstützung unseres Systems in den Allianzregionen, nehme ich mal an. Also die Länder, die schon auf unserer Seite sind wahrscheinlich. Ja, also seine Verbindung fester an sich zu binden. Ihr wisst das ja. Da seid ihr schon im Prinzip nicht schlecht aufgestellt. Ja, also wir haben drei Minister zur Auswahl. Sehe ich das richtig? Genau. Immer jetzt hier für jeden Posten. Also wir haben einmal Barclay, Daltz und Smith für unseren Außenministerposten. Was haben wir? Also Barclay war es 0,1 Support. Daltz haben wir jetzt plus ein globale Konsequenzenpunkt alle fünf Jahre. Ihr werdet sehen, dass diese globalen Konsequenzenpunkte, das werden wir euch gleich noch erklären, die sind noch echt wichtig. Dementsprechend schon mal gar nicht schlecht. Und was kann das Smith? Und der kann, der nimmt anscheinend, Moment, Influence to Foe Alliance once per two years. Das heißt, er reduziert den Einfluss zur gegnerischen Allianz einmal alle zwei Jahre um einen Punkt. Jetzt bin ich mir leider nicht sicher, wie das im Detail sich auswirkt. Im Zweifel sehen wir das auch einfach gleich, habe ich gehört. Ja, also ich persönlich wäre jetzt hier für den Daltz, weil Mo und ich, wir wissen schon, dass diese globalen Konsequenzenpunkte nicht unwichtig sind. Auch wenn es nur einen alle fünf Jahre gibt. Wir fragen jetzt alle fünf Jahre, wann wird denn hier gewählt? Alle zehn Jahre wird hier gewählt. Also etwas längere Amtszeiten, habe ich gehört. Genau. Zum Thema bei den Kommunisten, wieso wird da gewählt? Das ist quasi wie ein Politbüro, dass du da nur die Fraktionen mehr oder weniger aussuchst. Ob das dann eher die etwas sanftmütigeren, offeneren, liberalere Fraktion ist, ob das die Hardliner-Fraktion ist. So kann man es, denke ich, da drüben unterteilen, dann gedanklich. Gut, ich würde den Daltz jetzt einfach mal wählen und dann können wir weitermachen. Und dann gehen wir zu den Verteidigungsministern. Auge 3 zur Auswahl. Stellen Sie mal vor. Genau, wir haben hier Collins mit einer reduzierten Militär-Forschungskosten um 15%. Dann haben wir Taylor mit plus zwei Militär jedes Jahr. Da weiß ich noch nicht genau, wie sich dieses plus zwei Militär auswirken wird. Und dann haben wir Wilson mit plus zehn Feuerkraft. Also quasi militärischer Stärke gemessen an dessen Qualität der Einheiten. Ja, ich hätte hier den Collins einfach mal genommen, weil erstmal prinzipiell Statusgames und Forschung, das klingt ja erstmal schon nicht schlecht. Man soll sich erstmal eine technologische Überlegenheit erarbeiten und dann sieht man weiter. Das klingt gut, ja. Dann wären wir bei der Wirtschaft. Wirtschaftsminister. Mansfield mit plus zwei Punkte. Also ich nehme an, dass es quasi Siegpunkte im Heimatland, denn wer den höchsten Score hat, den man auch für jede Region kriegt, die man unter seinen Einfluss bringt. Je mehr Punkte man hat, also wenn man mehr Punkte hat als der andere und die Zeit abläuft, also als die Sowjetunion in dem Fall, dann gewinnt man. Das heißt, da wird unsere Heimatprovinz wertvoller, weil sie dann plus zwei Punkte wert ist. Dann Goldwater plus 50 zum Budget jedes Jahr, also mehr Geld oder Cabot keine Kosten für Paraden und Aufstände. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wie sich das auswirkt. Ja, du kennst mich ja, Goldwater ganz dem Namen nach, Geld regiert die Welt. Würde ich sagen, lasst uns erstmal ein bisschen extra Kohle einstecken. Genau und hier oben sehen wir jetzt den Bonus vom Truman, das ist plus fünf Feuerkraft. Genau, also für Air, Ground und Navy, also Luftwaffe, Bodentruppen und Marine. Genau und dann sehen wir noch, wir haben alle, alle unsere Minister, die wir ausgewählt haben, sind liberale und das heißt, wir kriegen noch den Bonus für nur liberale Regierungsmitglieder und das bringt uns ein, dass wir geringere Diplomatiekosten haben um 20%, geringere Spionproduktionskosten um 20% und ich nehme mal an, dass die Produktion von Industrie günstiger ist um 20%. Das heißt es hoffentlich. Ja, wir winken es einfach mal durch, ihr wisst, let's testen, das heißt auch, wir testen uns so ein bisschen durch, aber haben uns schon mal zumindest so grob mit dem Spiel beschäftigt, um mal so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Also, ich würde sagen, unsere Minister stehen, das Kamil steht, der Präsident ist da, lass uns starten. Dann wählen wir jetzt. Und wir sind gewählt, so schnell kann es gehen. Ja, wenn das in der Realität mal so einfach wäre. Hüpp, hurra. Okay, ja und damit sind wir jetzt nun im Hauptfenster drin, also sozusagen der Battle Map, von der es hier aus losgeht. Ja, ich würde euch sagen, ihr werdet wahrscheinlich gerade ein bisschen erschlagen fühlen von dem, was ihr hier so seht. Wichtigste oben sind die Anzeigen der jeweiligen Punkte, beziehungsweise Geschichten, die die jeweilige Fraktion hat. Also, diese Leisten quasi unten drunter. Ich hoffe, du zeigst noch einen Cursor drüber, du weißt, ich sehe deinen Cursor ja nicht. Diese Leisten hier. Genau, richtig. Diese Leisten, das sind die, um die es um Ende hier geht. Die haben alle ihre eigenen prinzipiellen Geschichten. Wichtigste für euch erstmal zu merken ist, ihr seht da ein Dollarzeichen, 2500, das ist Cash. Ohne Cash geht nichts. Also, das ist schon mal auf jeden Fall wichtig. Und was noch sehr wichtig ist, was wir vorhin festgestellt haben, sind die politischen Punkte. Diese globalen Konsequenzen, meinst du? Entschuldige, Punkte der globalen Konsequenz, richtig. Genau. Ganz dementsprechend, glaube ich, mal öffnen. Ich weiß nicht, ob du das Feld hier oben aufkriegst oder unten. Das ging hier. Hier kriegt man auch die Torddel-Nachrichten. Ja, die können wir dann hier wegsperren. Ich glaube, wir können das mal einmal so ganz vlox eben schnell erklären. Also, ihr seht momentan jetzt hier an dieser Stelle sechs Events, sechs mögliche. Von der Berlin-Luftbrücke über den Vietnamkrieg bis hin zum amerikanischen Kommunismus. Ihr denkt euch jetzt, what the fuck is this? Ja, exakt gute Frage. Es ist folgemaßen. Klickt mal auf die Berlin-Luftbrücke, wir haben mal drauf. Es ist so, es handelt sich hier darum, dass wir verschiedene Events starten lassen können. In diesem Fall mit 30 zu zahlenden Punkten für die ganze Geschichte. Wir haben momentan drei zur Verfügung. Da seht ihr schon, da muss noch ein bisschen mehr kommen, damit das Ganze hier irgendwie was auf die Kette wird. Ich kann mir eventuell auch vorstellen, Mo, das haben wir auch gleich getestet, wenn wir da jetzt gleich Punkte mal rein bollern wollen, ob nicht vielleicht ein Punkt, zehn Punkten hier drin entsprechen, wenn du verstehst, was ich meine. In diesem Balken. Weißt du, ein Punkt gleich zehn, also drei Punkte gleich 30 Punkte, um das Event auszulösen. Hm, das würde ich jetzt nicht vermuten. Ja, sonst dauert das doch, glaube ich, ganz lange. Ja, klicken wir einmal drauf. Wir würden mal einmal aus den Berlin-Luftbrücken rein bollern wollen. So, ich habe jetzt drauf geklickt. Okay, wir haben jetzt oben links, haben wir jetzt eine 1 zu 0 stehen. Ich glaube, das ist jetzt, bleibt so lange so vor, also so, bis zur nächsten Runde vielleicht. Ausgewählt, genau, wenn wir die Runde dann bestätigen, dann ist es quasi eingeloggt, nehme ich mal an. Okay, dann lassen wir es mal so stehen. Also, wie ihr seht, wir haben jetzt hier verschiedenste Events. Das sind aber nur die Events, wie Mo auch schon festgestellt hat, tatsächlich ganz begeistert. Nur der 50er und 60er Jahre. Also, wie gesagt, von Berlin-Luftbrücken über Vietnamkrieg, amerikanischen Kommunismus, die ungarische Revolution über weiter, kannst du mal kurz 60er, 70er mal ganz kurz hineingehen. Später dann kommen Berlin-Krise, Kuba-Krise, Frager-Frühling, weiter nochmal 80er, 70er, 80er, was haben wir noch hübsches? Warschau-Pakt-NATO, die Geschichte, die dann reinkommt, der Aufstiegs-Ayatollah hinten im Iran, was haben wir noch? Wir haben noch Star Wars, also sozusagen dann dementsprechend Krieg der Sterne, in dem Sinne, als das ja damals für die, die sich jetzt in diesen kalten Kriegsthematiken ein bisschen besser auskämmen, unter, ich glaube, Wagon war das gewesen, damals der Krieg der Sterne quasi ausgerufen wurde. Also, da ging es dann darum, dass die Amerikaner, glaube ich, nicht Waffensysteme unbedingt, aber ich glaube, quasi orbitale, kann ich das nennen, orbitale Flugabwehrraketen hochjagen wollten. Also, nach dem Motto, Nuklearraketen, die abgeschlossen würden von der Sowjetunion auf die USA, schon im All zu vernichten. Weil, ihr wisst ja, die Dinger steigen relativ hoch, die schießen nicht zwei Meter den Boden weg, sondern, dass du das sozusagen, das Üble an der Wurse packst und so gesehen, rein ideentechnisch, ich weiß nicht, ob da überhaupt die Umsetzung jemals irgendwie so richtig vonstatten ging, aber rein ideentechnisch, Nuklearwaffen schon quasi komplett aus dem Spiel hätte es nehmen wollen, können wir auch immer. Also, sowas wie das, oder der Tiamen-Platz, ganz rechts, also so ein Ereignis halt, das zieht sich komplett durch. Wir können auch mal ganz kurz eben, damit die Jahrzehnte noch schnell voll machen, mal so ein paar Highlights rauspicken hier. Was haben wir noch so hübsches als nächstes in den 90ern, 2000, auch hier eben schnell Operation Desert Storm, also quasi die Irak-Geschichte. Wir haben noch hier die Organisation des Ölmarktes oder halt auch Crisis of the Elites. Das ist jetzt tatsächlich ein spezielles Event, wenn wir das mal ganz kurz eben Flux uns einmal anschauen. Ähm, das bedeutet quasi, wenn du dieses Event aktivieren kannst, dann ganz hinten raus, da sind wir auch, wie hat er mit 2000 kurz vor Gameschluss, ähm, Startspleite quasi, oder versuchte Startspleite. Dann löst du beim anderen eine Startspleite aus. Genau, und das wiederum sorgt fast für einen totalen Knockout. Genau. Gut, ich würde sagen, ihr versteht so ein bisschen das Prinzip. Was ich vermute, wie es funktioniert, ist einfach, dass man jetzt während dem ersten Jahrzehnt, 50 bis 60, äh, kann man die Punkte, die man sich verdient, da wahllos auf die ganzen Dinger verteilen, nehme ich mal an. Und wenn irgendwo dann diese, dieser, dieser Wert erreicht wurde, dann, äh, wird das Event wahrscheinlich ausgelöst, nehme ich mal an. So wird es wahrscheinlich funktionieren. Kann ich mir vorstellen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dementsprechend hätte ich jetzt mal eben noch die zwei Punkte da belassen, weil ich möchte jetzt nur wissen, ob der Punkt, wie er dann das nächste Mal übertragen wird. Das heißt, wir saßen jetzt mit einem Punkt eingeloggt, haben wir uns mal die zwei anderen Mal heben auf eine hohe Kante. Und schauen wir ein bisschen weiter. Was haben wir noch so hübsches, mini-technisch? Äh, also, ansonsten kann man ja hauptsächlich hier unten weiterklicken, nehme ich mal an, dass man hier auf Industrialisierung und, äh, Kooperation klickt. Genau, also hier geht es dann dementsprechend, äh, um diese eben, äh, äh, Militär-Industrialisierungsgeschichte plus diplomatische Beziehung. Ähm, ja, da ist jetzt so ein bisschen gerade Twilight-Error-Prinzip, das ist in Mo und ich noch nicht so ganz im Vorarbeiten weitergekommen. Ich würde einfach mal sagen, du drückst mal OK. Mhm. Und wir schauen mal, was könnten wir jetzt hübsches machen. Was passiert denn jetzt, wenn wir zum Beispiel unsere westdeutschen Verbündeten einmal in den Ring rufen würden? So, was haben wir jetzt hier? Neuer diplomatischer Kontrakt, Militärkontrakt, Spionagekontrakt. Ein Diplomat, äh, was war das jetzt hier? OK, das willst du jetzt bei Spionen, kannst du mal zum Militärm zurückgehen. Produziert jährlich, äh, was? Also ein Diplomat wird jährlich produziert, nachdem die Konstruktion dafür completed ist. Ah, OK. Also, dass wir dann Diplomaten abwerfen. Was ist hier beim Militär? Nur just two questions. Eine Militäreinheit, oder? Eine Militäreinheit. Ein Spion. Oder ein Spion, aha, OK. Hm, gut. Gehen wir jetzt mal auf UK. Was kann man hier denn ein Hübsches machen, wenn wir jetzt sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel mit der UK mal so einen Diplomatischen Kontrakt abwickeln. Dann kostet mich das 76 Taler. Sehe ich das richtig? Total cost of the construction, äh, sum of both region scores multiplied by the construction time. Müssten wir nicht zwei Seiten auswählen? Fühlen wir gerade einen? Ja, so sieht's wohl aus. Dann gib uns mal einen und dann gib mal jetzt, ah, jetzt wird, glaube ich, ein Schuh draus, genau. Jetzt hatten wir zum Beispiel einen Vertrag dann mit Westdeutschland. Der kostet mich 152 Taken. Ah, das kostet so einen politischen Aktionspunkt. Ah, OK, verstehe. Also das heißt, wir können dreimal politische Aktionen machen, dreimal irgendwo Geld hin reinschmeißen, irgendwie in den Rachen, damit das Ganze hier auf die Kette geht. Und das kostet wahrscheinlich noch Geld, nehm ich mal an. Wo stehen die 5, die 30 und die... Da und... Achso, so viel haben wir gerade. Das sind unsere Zahl an... Moment. Achso, okay. Ich glaube, da oben ist was vertauscht. Das sind doch die Diplomaten und das sind die Spion, nicht umgekehrt. Na, da haben wir aber nicht aufgepasst. Ja. Ja, OK. So fuchs man sich halt so ein bisschen rein dann dementsprechend. Ja, äh, ich würde mal sagen, lass jetzt mal hier dann, äh... Wobei, wenn ich jetzt diplomatisch denke... Na scheiß drauf, wir probieren einfach mal was, äh, pro Zima, da hinten mal eine Militäreinheit. Wenn du kannst. Mal eine Militäreinheit. Genau. Äh, in Westdeutschland ja nie verkehrt. Äh, in Westdeutschland ja nie verkehrt. Äh, in Westdeutschland ja nie verkehrt. Ja, da können wir die Regierungen von denen sehen. Ah, OK. Stalins Regierung. Ah, Truman. OK. Da haben wir hier Malenkov, Chuikov, Bulganin. Aha. Übrigens, da ist Hardliner-Kabinett im Moment am Start. Das ist natürlich Zylinder und Schnurrbart. Ist das schon mal dort Fliege? Das sind die, ja, Schnurrbart, das sind die Konservativen. Ja, in diesem Fall, wie gesagt, ich nenne sie mal die Hardliner-Fraktion. Ja, das passt dann immer so ein bisschen eher. Gut, OK, äh, wir haben noch Forschungstechnisch, können wir noch ein bisschen was machen. Ähm. Militärtechnologie, hätte ich gesagt gehabt, probieren wir mal zuerst. So, da haben wir es dann, ja, ist OK, bestätigen wir. Da können wir jetzt den Patent dann forschen. Den M48-Patent, sehe ich das richtig, für 24-Taler. Äh. Moment, das ist die Technologie oder das Design. Der Bonus-Score nach dem, noch der Vervollständigung und die Kosten der Forschung. Okay. Äh, aber wie startet man das jetzt? Hm. Knifflig, verstehe ich nicht ganz. Hier mit Zusammenhängen. Gut, alles klar. Äh, dädädädä, äh, 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 äh. Vielleicht werden die automatisch hervorhauen. Ah, OK, die können dann vielleicht automatisch hervorhauen, wenn wir um die G reinballern. Ich verstehe. OK, alles klar, bestätige. dann ballern wir unten mal überall mal einen Punkt schön rein in alle drei also das ist aber ein politischer Punkt den ich da brauche für ah ok also machen wir erstmal nur Navy und Landstreitkraft haben wir gerade beschlossen ok und dann könnten wir darüber dann auch alle anderen Sachen basteln ah und ich sehe schon Construction ganz rechts wenn du da guckst da ist der Baukran da haben wir schon Stufe 8 geht da irgendwas mit Buy by Construction ich bin mit der Maus drüber da kommt nichts ok ja hätte ja sein können genau da ist ein Budget hier haben wir Revenue und gehen wir zurück Revenue und Expenditure also quasi wie viel wir so ausgeben einnehmen etc mal ok das heißt wir haben momentan gerade minus 120 Dollar 10 pro Runde oder was so wie ähm hm vielleicht ja wir haben vielleicht jetzt 120 ausgegeben möglicherweise und kriegen 10 pro Runde ich bin mir nicht sicher das könnte möglich sein ja dann würde ich sagen unsere erste Runde können wir auch für beendet erklären mal man kann in ein Budgetwachstum investieren mit politischen Punkten politische Punkte okay politische Punkte sind unter Mangelware aha weiter geht's würde ich sagen ich bin hier so weit fertig oder hast du noch was was du jetzt noch klären möchtest wir haben noch die Bereiche also genau Weltraumtechnologie das ist dann wahrscheinlich das gleiche wie das mit den anderen auch mhm genau ähm da haben wir noch gehabt dann Diplomatie haben wir noch da können wir aber glaube ich nichts machen das war mehr so eine Übersichtsliste was ich so gesehen hatte ja wahrscheinlich das ist jetzt auch nicht was man hier machen soll ja dann lassen wir das mal stehen wenn man draufklickt welche kurze Revolution stehen dann gibt es die Vereinten Nationen da können wir glaube ich aber auch noch nichts machen weil hier nicht genau wo auch immer ich draufklick die Geschichten kommen irgendwie erst später haben wir das Gefühl schon gehabt genau aber auch weil wir diese Vereinten Nationen Punkte brauchen nehme ich an genau äh die können durch verschiedene Aktionen verdient werden äh oder Dominanz und Dominanz von globalem Einfluss nuklearer Übermacht oder ja den dem Score den Punkten Siegpunkten nehme ich mal ja ja ich würde einfach sagen ähm wir beenden mal die Runde und gucken mal was passiert gut das könnte man tun und jetzt hat es in Korea geknallt oha da wird natürlich bei offiziellen wird jetzt nachgehakt wie das so aussieht oha 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 USAPO war jetzt zu support zu o o o o o also in Südkorea knallt es wohl gerade ziemlich heftig mhm ganz wild ganz ganz wild also wie halt unten unser kleiner Fernseher hat uns ja so eine Person so angezeigt sehen wir hier sind zwei Punkte bei der UDSSR bei der ungarischen Revolution wir haben hier noch zwei Punkte beim Vietnamkrieg weil durch Zufall verteilt weil Krieg irgendwo auf der Welt du sowjets kriegen noch zwei auf dieses unthinkable und ein auf Indien okay wild und wir haben wirklich auch nur da sind einen jetzt momentan ja äh gut wie klingt das jetzt mit Korea und warum ballert das jetzt ganze Zeit mit der Kontrolle und dreh mal eine Sound und das ist fürchterlich ah okay ändert nichts geil super das ist natürlich top äh gehen wir mal raus escape escape äh genau also jetzt rüber nach Korea ich will mal gucken ob ich da irgendwas machen kann das ist ja nicht zum Aushalten hier ja okay da brennt die Hütte das ist ja schon klar aber irgendwie wird sinnvolles was man da machen kann siehst du auch nicht ne man kann Diplomaten hinschicken man kann Spione hinschicken hm sonst sehe ich jetzt nichts ich würde ja ganz gerne irgendwie militärisch ja was machen ne also wenn ich jetzt gerade so sehe dass hoppala die äh Sowjetunion die äh nordkoreale Streitkräfte supportet dann will ich natürlich auch mein äh möglichst machen um da irgendwie gegen anzukommen ah da könnten wir glaube ich ein boosten ne amount of militärunits 5 zu 10 ach du scheiße mhm korea arm also das ist denn für ein wildes Ding was sind die Optionen da rechts daneben wenn ich das mal so sehen darf rechts daneben genau initiate ein Bürgerkriegsstaat in dieser Region alle neutralen Einheiten werden auf der Seite des aktuellen Regimes kämpfen oder eine friedliche Revolution starten alle neutralen Einheiten werden neue Regierungen unterstützen ok und dann genau und unserer und auf der Seite unserer Allianz stehen und was passieren wäre jetzt wenn wir jetzt erstmal versuchen würden jetzt hier in Nordkorea ein bisschen Unruhe zu stiften könnten jetzt wohl hier Leute reinschicken Soldaten reinschicken dann tun wir das mal und probieren was gucken was passiert also maximales 10 und dann geht es nicht weiter ach so dann schicken wir jetzt ein paar Jungs dann dementsprechend also sozusagen wir haben 30 Einheiten insgesamt wir schicken dann jetzt dementsprechend 5 in Nordkorea in den Krieg nach Korea richtig? so sehe ich das ok understood habe ich jetzt auch verstanden gut dann hoffen wir mal dass das da jetzt für irgendwie was bringt sorgt wie auch immer dass wir da dann jetzt hoffentlich possibly die Oberhand gewinnen gut okidoki hier geht es nicht rein nach Südkorea aber wir können nach Japan schicken ja nö ich denke das wird erstmal soweit passen ich würde sagen den Rest der kommenden Runde sehen wir uns dann in der nächsten Ausgabe an wenn Mo und ich auch hoffentlich die Möglichkeit haben den Sound mal irgendwie runter zu drehen weil das ist ja wirklich grausam ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mehr Artilleriebeschuss anhören ich kommentiere auch nicht aus dem Schützengraben hier gerade also so sollte in der Möglichkeit nicht sein ne also ich würde sagen das war es dann an der Stelle mit der ersten Folge vom Let's Test Armways 2 so richtig ausgesprochen Armways 2 ja Merci und ja hängt natürlich an das übliche wie gesagt Let's Test machen wir nicht ganz so häufig und wenn es mal vorkommt möchtet ihr euch ganz gerne auch Support sehen Daumen nach oben für die Folge Kanalabobo falls noch nicht geschehen wenn ihr noch mehr davon sehen wollt lasst auch gerne die Kommentare noch mal ein bisschen einfließen wissen was ihr davon haltet so nach dem ersten Eindruck und wir sehen uns dann übrigens recht zeitnah zur Ausgabe Nummer 2 wieder genau bis dahin Tschüss Tschüss